hallo ja der bin ich was kann ich für sie tun nein keine ahnung wer sie sind ich bin's miss jennifer bell ihre verlegerin aus new york ich versuche sie schon seit tagen zu erreichen mr parker ah miss bell schön dass sie mich anrufen was kann ich denn für sie tun mr parker ihr letzter bestseller den sie geschrieben haben ist jetzt schon zwei jahre her sie haben unseren verlag versprochen dass wir ihr neues buch schon im letzten monat in der hand halten würden ich frage mich was bei ihnen los ist geht's ihnen nicht gut sind sie krank nein miss bell ich hatte nur eine kleine schreibblockade aber welch ein wunder genau heute ist sie weg ich habe heute sogar schon einen fragebogen ausgefüllt ich habe mich heute mit dem verlagsvorstand getroffen wir haben entschieden dass wir ihnen eine woche zeit für einen neuen kriminalroman geben sollten sie uns diesen nicht innerhalb von einer woche schütten dann werden wir ihn fristlos kündigen mr parker das wäre sehr schade denn unser verlag verliert nur ungern einen so brillanten schriftsteller wie sie einer sind wissen sie was mrs bell ich werde mich heute noch an meinen computer setzen und anfangen zu schreiben ich werde die ganze nacht lang durchschreiben das sind gute neuigkeiten mr parker ich freue mich schon darauf denn sie müssen wissen ich bin ihr größter fan ich habe alle ihre bücher in allen auflagen zu hause dann sollten wir uns vielleicht einmal treffen ich bin im moment in meinem luxus penthouse in miami wenn sie lust haben können sie mich nächste woche sobald ich den neuen kriminalroman fertig habe gerne besuchen ich würde sie wirklich gerne kennenlernen persönlich mrs bell das wäre mir eine ehre mr parker gut dann machen wir das so ich schicke ihnen die adresse per e mail wenn sie mich jetzt entschuldigen mrs bell ich habe noch einen kriminalroman zu schreiben ja mr parker ich wünsche ihnen noch viel glück dabei und bis bald bye bye mrs bell norsport sehen und sterben kapitel 1 an einem wunderschönen sommertag in der kleinen küstenstadt norsport im bundesstaat maine ging john crawford durch die straßen er hat einen roten pullover mit dem aufdruck eines grünen elefanten an er trägt außerdem noch einen gelben strohhut und eine schwarze jeanshose mit blauen gummistiefeln seine haare hatte er sich heute vormittag frisch kahl geschoren und sein lang schnurrbart neu getrimmt norsport ist keine große stadt die einwohnerzahl der stadt beträgt gerade einmal 1150 und einer davon war john crawford früher lebte er in san francisco john crawford ist 36 jahre alt und witwer seine schwangere frau die im neunten monat war sprang vor drei jahren in san francisco von der golden gate bridge in den tod es wusste keiner warum sie das tat die polizei ging von selbstmord aus john crawford war am boden zerstört und er kündigte daraufhin sein job als hotdog verkäufer in der u-bahn john crawford verließ san francisco um zu seiner reichen großmutter nach northport in maine zu ziehen denn sie ist die einzig letzte liebende verwandte und er würde einmal alles von ihr erben sonst hatte er niemanden mehr seine eltern lernte er nie kennen denn er wuchs in einem waisenhaus mit seiner fünf jahre älteren schwester auf seine schwester starb vor zehn jahren mit jungen 21 jahren an einer überdosis heroin auf der bahnhofstoilette in san francisco downtown man fand sie nackt neben der kloschüssel und die spritze steckte noch tief in ihrem linken arm die polizei sagte john dass man seine schwester noch vorher vergewaltigt haben muss denn das belegten eindeutig die biss kratz speichel stuhl und sperma spuren von denen ihr ganzer körper übersät war ja hat schon crawford hatte schon so manchen schicksalsschlag ertragen müssen die großmutter von john crawford bernadette crawford war sehr froh darüber dass ihr enkel bei ihr ist mit 82 jahren ist sie nicht mehr die jüngste und john kümmert es sich um sie und ihr 3000 quadratmeter großes anwesen das etwas außerhalb von northport lag bernadette crawford schickte ihren enkel in die stadt um beim örtlichen teppichhändler den neuesten perser teppich import abzuholen den bernadette crawford für sage und schreibe 25.000 us-dollar aus dem iran importieren ließ am teppichladen angekommen öffnete john die tür der teppichverkäufer peter hartfield ein 55 jahre alter mann der zum verwechseln ähnlich aussah wie arnold schwarzen ecker sagte hey john wie geht's denn so der teppich deiner oma ist heute angekommen ein riesen teil so schwer dass ich ihn mit den gabelstapler reinfahren musste john antwortete hey peter du weißt ja meine oma sammelt diese verdammten teppiche hat um die 300 stück zu hause wenn sie mal abkratzt dann wird das eine heidenarbeit die alle wieder zu verkaufen wo liegt er denn hinten im lager wie willst du ihn denn heim bringen fragte hartfield john schultern und heim tragen natürlich hartfield lachte nein 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 der ist viel zu schwer für so einen strich in der landschaft wie dich du weißt ja dass ich früher bodybuilder war und nicht mal ich konnte ihn nur leicht anheben john schaute verwirrt umher und sagte ja was machen wir dann hast du irgendwelche vorschläge ja habe ich für 300 dollar fahre ich in dir mit dem gabelstapler direkt vor die haustür john sah peter hartfield verwundert an und sagte was 300 dollar willst du mich jetzt komplett verarschen du hast noch 250 dollar spielschulden bei mir du penner vom pokern letzten monat 50 dollar die fahrt und 250 deine schulden am besten du bezahlst mich gleich sonst komme ich irgendwann vorbei und muss dir vor deiner oma die beine brechen john war jetzt stinksauer er öffnete seine geldbörse und sagte hier hast du deine 300 dollar du mieser halsabschneider hartfield sah john grinsend an immer wieder eine freude mit dir geschäfte zu machen mr crawford den teppich werde ich dir in circa zwei stunden liefern ja mach das ich bin da mal weg peter hartfield wollte sich noch von john verabschieden aber john beachtete ihn gar nicht und ging zur tür hinaus auf die straßen norseports kapitel 2 norseports kirchenturm schlug zum mittag john fiel auf dass er einen riesigen hunger hatte aber er durfte nichts essen denn er war auf diät er wollte von seinen 75 kilo auf sein idealgewicht von 70 kilo herunterkommen denn seine körpergröße war nur 1 70 und 70 kilo wäre die perfekte korrelation zu seiner körpergröße als john den gehweg entlang ging sah er auf der gegenüberliegenden seite der straße seine ex freundin alice johnson die gerade einkäufe erledigte er hatte ein halbes jahr eine affäre mit ihr gehabt alice johnson eine 40 jahre alte sexy frau mit langen blonden haaren blauen augen und einer schlanken makellosen figur die ihr enges rotes kleid das sie trug perfekt betonte sie ist die frau des county sheriffs harold johnson mit dem sie acht kinder hat john vermutete dass mindestens ein kind von ihm war denn sie hatten beim geschlechtsverkehr nie verhütet und johns spermien waren überdurchschnittlich fruchtbar das bestätigte ihn sein urologe in san francisco dr herbert pickel john wollte sich gerade umdrehen und zurückgehen damit sie ihn nicht sah denn er hatte keine lust mit ihr zu reden da hörte er john john johnny so warte doch sie hatte ihn erkannt und kam über die straße zu ihm rüber john winkte und sagte hi alice gut siehst du aus wie geht's dir denn so blenden hab letztes monat ein neues baby bekommen die kleine stephanie herzlichen glückwunsch alice ich freue mich für dich ich hoffe du bist glücklich sagte john überglücklich johnny aber ich wäre noch viel glücklicher wenn wir uns wieder einmal treffen würden meine begierde ist zu stark nach dir es vergeht kein tag an dem ich nicht an dich denke ich vermisse dich so sehr du weißt nur du kannst mich befriedigen denn du weißt genau was eine frau braucht john hatte die affäre beendet weil sie sich nicht von ihren ehemann scheiden lassen wollte das angebot für john von alice sich mit ihr zu treffen war wirklich sehr verlockend denn alice war für john die schönste frau die er jemals gesehen hatte alice packte johns rechten arm und sagte komm johnny fass mir unter mein kleid zieh mir mein füßchen runter ich will dich fühlen ich will deine hände in mir spüren komm lass uns heute nacht noch im hotel treffen alice führte johns arm unter ihr kleid wo er ihren string tanga spüren konnte er bemerkte plötzlich dass er eine leichte erektion bekam daher schrak er und riss seinen arm unter ihrem kleid weg und sagte wütend hör auf alice es ist aus zwischen uns wir hatten eine schöne zeit aber sie ist jetzt vorbei wenn du mich nicht in ruhe lässt muss ich dich wegen sexueller belästigung anzeigen und das würde deinem mann sheriff harold johnson bestimmt nicht so gut gefallen also hör auf damit alice johnson wurde kreidebleich und spuckte john mitten ins gesicht du willst mich erpressen du mieses Stück scheiße ich werde dich fertig machen ich habe beziehungen nach ganz oben in dieser stadt du bastard verrecken sollst du alice ließ ihre einkaufstüten fallen und hämmerte wie eine furie mit ihren fäusten auf john ein john versuchte die schläge abzuwehren was ihm auch ganz gut gelang aber sie hörte einfach nicht auf sie prügelte immer weiter auf ihn ein als john kurzzeitig benommen war von einem starken handkantenschlag direkt auf die schläfe holte alice ein elektroschocker aus ihrer handtasche sie packte john mit der linken hand an der schulter in der rechten hielt sie den elektroschocker mit dem sie john elektroschocken wollte sie holte zu einem stoß direkt in johns gesicht aus john sah das aber rechtzeitig und er biss ihr in ihren linken unterarm alice kreischte vor schmerzen auf sie ließ von john ab und sah sich die bisswunde an die john ihr verpasst hatte und schrie du drecksack beißt mich dafür werde ich dich jetzt quillen mit meinem elektroschocker john nahm die gelegenheit wahr sprang auf und ergriff die flucht er lief so schnell wie er konnte als er sich kurz umdrehte sah er wie alice ihn verfolgte und sie ihm hinterher rief dich kriege ich schon du schwein sie war ihm dicht auf dem fersen john sah eine dunkle seitengasse in die er hinein lief es standen drei große müllcontainer da john versteckte sich hinter einem von ihnen er war außer puste er konnte nicht mehr außerdem hatte er todesangst vor alice john kauerte sich hinter dem müllcontainer zusammen und war ganz leise jetzt hörte er wie alice in die high heels dabei sagte sie immer wieder mit einer ruhigen aber sehr beängstigenden stimme wo bist du komm jetzt raus ich werde dich sowieso finden ich weiß dass du hier bist ich will nur mit gereden komm raus du dreck sau john musste sie aufhalten wenn er es nicht tat würde diese frau ihn heute noch ermorden alice johnson war schon immer etwas psychotisch aber so schlimm hatte john sie noch nicht erlebt er wusste aber dass sie in jungen jahren mehrere jahre in einer psychiatrischen heilanstalt eingesperrt war weil sie ihrer besten freundin mit einem küchenmesser vier finger abgeschnitten hatte sie wurde aber nach fünf jahren als geheilt entlassen jetzt bekam john ihr wahres gesicht zu sehen mit ihr war nicht zu spaßen und john musste sie stoppen hinter dem müllcontainer wo john sich versteckte lag ein altes rostiges eisenrohr er nahm es und wartete bis alice in der nähe des müllcontainers war als er hörte dass sie direkt vor ihm stand sprang er hinter dem müllcontainer hervor und schlug alice mit voller wucht die rostige eisenstange direkt auf ihren kopf er hörte wie ellis kopf brach es war ein knacken wie wenn jemand einen dicken ast zerbrach sie sank auf dem boden auf die knie das blut lief ihr vom kopf ins gesicht john musste es beenden sie sollte nicht leiden er trat ihr mit aller kraft gegen die brüste und sie fiel mit dem rücken zu boden sie wimmerte und flehte john an bitte bitte töte mich nicht john holte ihn noch einmal aus er schlug ihr mit dem rohr noch viermal so heftig ins gesicht dass von ihr nichts mehr zu erkennen war er setzte sich wein vor alice hin er hatte sie einmal geliebt nach zehn minuten wurde ihm aber klar was er getan hatte er hatte die frau des county sheriffs harold johnson getötet er musste die leiche beseitigen und die müllcontainer waren das ideale versteck er hob den leichnam auf und schulterte ihn er öffnete einen der müllcontainer ein ekelhafter gestank nach verfaultem fisch stieg in seine nase mit einem starken ruck warf er die leiche von ellis kopf voraus in den müllcontainer er bedeckte die leiche noch mit viel abfall das meiste waren fisch über reste als er den müllcontainer geschlossen hatte lief er wieder hinaus in die straßen northports kapitel 3 john stand noch immer unter schock er hatte starke schmerzen von den schlägen die ellis ihm verpasst hatte es sah so aus als hätte er eine gebrochene rippe und der linke eckzahn fehlte ihm auch noch john brauchte dringend ein starkes schmerzmittel aber er konnte nicht zum arzt gehen das wäre zu verdächtig der arzt würde zu viele fragen stellen er musste nach hause und den medikamentenschrank seiner großmutter durchsuchen aber der weg in seinem zustand war zu weit um zu laufen als er um die ecke eines wohnblocks bog sah er den taxifahrer jimmy wilson der mit seinem taxi vor einem blumenladen stand jimmy wilson hatte ein IQ von 80 das hatte ihm einmal sein bruder etan wilson erzählt mit dem er des öfteren tennis spielte eine dümmere person hatte john noch nie kennengelernt seine intelligenz reichte gerade noch einmal so dass er sprechen und ein taxi steuern konnte jimmy ein 30 jähriger 1 meter 60 großer und 150 kilo schwerer mann der viel zu enge jeans shorts ein oranges t shirt eine brille und eine propeller mütze trug es war natürlich die letzte option wenn man irgendwo hinkommen wollte mit jimmy wilson und seinem taxi zu fahren er war ein miserabler fahrer beachtete keine vorfahrtsregeln und weil er auch farbenblind war waren alle ampeln für ihn immer grün john hatte keine wahl er musste sich von jimmy wilson nach hause fahren lassen er ging zu jimmy's taxi rüber und klopfte ans fenster der beifahrertür jimmy kurbelte das fenster herunter und sagte hallo john wie geht's dir soll ich dich irgendwo hinfahren ja kannst du mich nach hause fahren jimmy wo wohnst du denn schon draußen in der pound hill road 8 neben dem großen golfplatz kennst du doch oder wie viel kostet denn die fahrt weiß ich noch nicht muss ich dann da ablesen wenn wir da sind john stieg in jimmy's wagen auf dem beifahrersitz und schüttelte den kopf und sagte ja dann fahr los du vollidiot auf was wartest du noch ja john ich fahr jetzt los die fahrt zu johns zu hause war ein regelrechter albtraum john schwitzte vor angst beinahe rasten sie in einen truck der ihnen auf der gegenfahrbahn entgegen kam hätte john nicht rechtzeitig eingegriffen und jimmy's lenkrad herumgerissen wären sie voll karacho frontal mit dem truck zusammengeprallt jimmy hatte bei der fahrt auch noch einen streuenden hund bei voller geschwindigkeit überfahren der ganze wagen war voller blut und fleischfetzen als jimmy den hund überfuhr lachte er und sagte muss ich da noch was ich anlage fahren dann hatten sie sich noch in einem abgelegenen wald verfahren es dauerte eineinhalb stunden bis sie wieder aus dem wald heraus fanden und wieder auf einer befestigten straße fahren konnten nach langen zwei stunden sind sie endlich bei johns großmutter zu hause angekommen john stieg schweißgebadet und zitternd vom taxi aus er ging schon in richtung haus jetzt stieg jimmy aus dem taxi aus und rief john hinterher du musst noch bezahlen john ging wütend wieder zurück und sagte was für diese irrenfahrt willst du noch geld verlangen für eine fahrt die eigentlich eine halbe stunde dauert das war ein einziges martyrium du verdammter trottel du trauriger du kannst froh sein dass ich dir nicht links und rechts einen rein haue john drehte sich wieder um und ging in richtung haus nach ein paar metern rief jimmy ihn hinterher 400 dollar jetzt sah john rot er lief auf jimmy zu packte ihn mit allen zwei händen am kragen seines orangen viel zu kleinen t-shirts und drückte ihn gegen sein taxi 400 dollar 400 dollar ich kann dir 400 mal mit der faust ins gesicht schlagen du völlig verblöderer idiot da sagte jimmy wenn du mich nicht bezahlst john dann muss ich das dem sheriff melden das wäre das letzte was john jetzt gebrauchen könnte er musste jimmy bezahlen er konnte nicht zulassen dass jimmy ihn bei sheriff harold johnson meldete er durfte nicht auffallen wenn er alice johnson nicht getötet hätte würde er niemals diese utopische taxirechnung bezahlen aber jetzt hatte er keine wahl mehr john beruhigte sich wieder und ließ jimmy los und sagte jimmy alter kumpel ich mach da nur spaß kennst mich doch also wie viel schulde ich dir 400 dollar john öffnete seine geldbörse aber sie war leer er hatte sein ganzes geld beim teppichhändler peter hartfield ausgegeben nimmst du auch schecks jimmy? fragte john jimmy antwortete ja schecks nehme ich auch john zückte sein scheckheft und stellte jimmy einen scheck von 400 dollar aus die beiden verabschiedeten sich noch voneinander jimmy stieg in sein taxi und raste davon john winkte ihm noch hinterher und ging dann zum haus seiner großmutter kapitel 4 an der haustüre angekommen ließ johns schock von der taxifahrt mit jimmy nach und seine schmerzen kamen wieder zurück john holte den haustürschlüssel von seiner hosentasche raus und sperrte damit die haustüre auf der medikamentenschrank war in war in oberen stockwerk des hauses im badezimmer hallo jemand zu hause grandma bist du da oma wo bist du rief john aber er bekam keine antwort john hatte einen riesigen durst also ging er erst in die küche zum kühlschrank um sich etwas zu trinken zu holen am kühlschrank angekommen sah john dass seine großmutter ihm einen zettel mit einer nachricht am kühlschrank angepinnt hatte auf dem zettel stand hallo mein geliebter enkelsohn ich hoffe dass du das mit dem teppich heute erledigt hast dass ich dir aufgetragen habe du weißt dass dieser teppich sehr wichtig für mich ist deine oma hat heute einen termin bei dr abraham bennington in waterville zu einer darmspiegelung ich werde heute erst spät abends nach hause kommen wenn du hunger hast im kühlschrank steht noch ein nudelauflauf den kannst du dir in der mikrowelle warm machen ich möchte dich außerdem noch daran erinnern dass du heute noch den rasen mit dem rasenmäher mähen musst weil unser gärtner frank east an hepatitis b erkrankt ist er wird so schnell nicht wiederkommen wenn überhaupt und das geschirr in der küche musst du heute noch abwaschen aber mach das bitte mit der hand denn du weißt ja dass unsere geschirrspielmaschine schon seit einem molar defekt ist ich hoffe es geht dir gut und ich freue mich schon heute abend dich wieder in meine arme nehmen zu dürfen mein geliebter enkel in liebe deine dich alles liebende großmutter john riss den kühlschrank auf und nahm sich eine packung orangensaft er machte die packung auf und trank den ganzen liter auf eggs runter nun machte er sich auf den weg zum badezimmer er ging die treppe hinauf auf der er voller schmerzen zusammenbrach kriechend bewegte sich john die treppe hoch und dann aufs badezimmer zu seine schmerzen waren kaum noch auszuhalten aber er schaffte es ins badezimmer mit seiner letzten kraft stand er auf und öffnete den medikamentenschrank john wühlte sich durch die arzneimittel bis sie ein fläschchen fentanyltropfen in der hand hielt er hatte keine lust im beipackzettel zu lesen deshalb trank er die hälfte des fläschchens aus john setzte sich erschöpft auf die kloschüssel und zog seinen roten pullover mit dem aufdruck eines grünen elefanten aus er schmiss den pullover in die badewanne nun begutachtete john seine verletzung der rechte rippenbereich von john war komplett blau es sah sehr schlimm aus john wurde auf einmal total schwindelig und er wurde ohnmächtig nach einer stunde wachte john am badezimmerboden wieder auf anscheinend hatte er sich als er bewusstlos war übergeben denn er lag mit seinem kopf in seinem erbrochenen aber auch seine schwarze jeanshose war völlig durchnässt er musste sich als er noch ohnmächtig war in die hose uriniert haben john versuchte aufzustehen und es gelang ihm auch er setzte sich wieder auf die kloschüssel und bemerkte dass er keine schmerzen mehr hatte john fühlte sich sogar wirklich gut ja fast schon wie neu geboren er stand auf und schaltete die dusche ein nun zog er seine restliche kleidung noch aus und schmiss sie in die badewanne dann nahm john eine heiße dusche als er fertig mit duschen war trocknete er sich ab und ging in sein zimmer zum kleiderschrank er nahm einen gelben trainingsanzug mit weißen streifen an der seite aus dem schrank und zog ihn an unterhosen trug john nie aber weiße socken die er sich auch noch anzog dann schlüpfte er noch in seine hausschuhe hinein und ging runter ins wohnzimmer john legte sich auf die couch und schaltete den fernseher ein kapitel 5 tiefenentspannt lag john nun auf der couch im wohnzimmer er zappte durch die tv-programme und blieb bei einer dokumentation über hirsche die sich paaren hängen plötzlich rumorte es in seinen magen es war jetzt zeit für einen toilettenbesuch er stand von der couch auf und schaltete den fernseher aus auf dem klo im unteren bereich des hauses angekommen zog john seine gelbe trainingshose mit weißen streifen an der seite runter und klappte den klodeckel hoch dann setzte er sich auf die klobrille drauf es dauerte keine drei sekunden bis der stuhlgang einsetzte er musste nicht einmal pressen es lief alles wie von selbst als er zwischen seinen beinen hinuntersah und den kot betrachtete fiel ihm auf dass er blut im stuhl hat john hatte sein geschäft jetzt erfolgreich beendet und wischte sich sein after mit toilettenpapier blitzeblank er zog seine gelbe trainingshose mit weißen streifen an der seite wieder hoch und ging zum waschbecken als er am waschbecken stand nahm er noch einen kleinen schluck von seinen fentanyltropfen die er in der husentasche hatte und ging dann zur tür hinaus und wieder ins wohnzimmer da klingelte es an der haustür john ging zur haustür und schaute durch den türspion nach draußen es war der zehn jahre alte nachbarsjunge billy blumen der draußen vor der tür stand er lebte mit seiner alleinerziehenden mutter isabella blumen die mexikanerin und witwe war und vor zwölf jahren in die usa emigriert ist sie leben neben dem anwesen von johns großmutter in einem kleinen haus billy blumens vater robert blumen starb vor zwei jahren bei einem flugzeugabsturz denn er war pilot john öffnete die tür und sagte was willst du denn hier du kleine verdammte rotznase guten tag mr crawford mein basketball ist aus versehen in ihren garten geflogen darf ich ihn mir wiederholen der junge zitterte am ganzen körper man sah deutlich dass er angst vor john hatte ein scheiß darfst du du verzogenes ball er gehört jetzt mir du freche gehöre wage es ja nicht in unseren garten zu gehen sonst bekommst du die prügel des jahrhunderts ich sag's dir wenn ich sehe dass der basketball nicht mehr da liegt dann komm ich rüber zu dir ich weiß wo du wohnst john gab billy blumen eine kräftige ohrfeige der junge fing jetzt an zu weinen die tränen liefen ihm über sein gesicht da sagte john hol doch und jetzt scher dich vor meiner veranda bevor ich dir richtig in deinen arsch drehte billy blumen lief weinend davon und john schloss die haustür john bemerkte jetzt dass er hunger hatte er ging in die küche zum kühlschrank und öffnete ihn er holte sich den nudelauflauf seiner großmutter aus dem kühlschrank und stellte ihn in die mikrowelle john stellte die mikrowelle auf drei minuten ein während er auf seinen nudelauflauf wartete sah john aus dem küchenfenster in den garten wo er billy blumens basketball auf dem rasen liegen sah der nudelauflauf war jetzt fertig und john nahm ihn aus der mikrowelle heraus er holte sich noch eine flasche bier aus dem kühlschrank und ging mit dem nudelauflauf und der flasche bier in das esszimmer im esszimmer angekommen setzte sich john auf einen stuhl beim esszimmertisch und stellte seine flasche bier und den nudelauflauf hin dann begann er zu essen und zu trinken es schmeckte ihm vorzüglich seine grandma machte den besten nudelauflauf auf der ganzen welt dachte sich john er trank noch seine bierflasche leer und warf sie in die ecke des esszimmers jetzt holte sich john noch das fläschchen fentanyl aus der hosentasche und gönnte sich noch einen kleinen schluck für den abgang er legte seine beine auf den esszimmertisch und sank in den esszimmertischstuhl und schlief ein er träumte von seinem früheren leben als er noch glücklich mit seiner ehefrau in san francisco gelebt hatte da klingelte es schon wieder an der haustür john erschrak so dass er vom esszimmertischstuhl fiel wer könnte das wohl sein dachte sich john er ging zur haustür und sah durch den türspion nach draußen vor der tür standen händchenhaltend die nachbarin isabella blumen mit ihrem sohn billy blumen er machte die haustür auf und sagte ah mrs blumen welch eine freude dass sie mich besuchen kommen ich grüße sie isabella blumen sagte wütend sparen sie sich das mr graufort sie haben meinen sohn geschlagen was fällt ihnen eigentlich ein john graufort antwortete darauf ich hab billy doch nicht geschlagen mrs blumen john sah billy an und sagte billy ich hab dich doch nicht geschlagen was erzählst du denn da junge das will ich jetzt wissen also billy dann erzähl mal was hat onkel john denn angeblich gemacht john starrte billy an aber billy schaute vor angst nur auf den boden und traute sich nicht john anzusehen er sagte kein wort da sehen sie es mrs blumen ihr sohn hat ihnen wahrscheinlich einen streich gespielt der kinderhalt die haben so eine lebhafte fantasie mrs blumen sagte ich glaube ihnen kein wort mr graufort und was ist mit dem basketball den sie billy nicht mehr zurückgeben wollten john sagte den basketball kann er doch jederzeit holen mrs blumen er braucht doch keine erlaubnis von mir wir pflegen doch so ein gutes nachbarschaftliches verhältnis was sollte ich mit einem basketball anfangen ich hab früher eisocke gespielt mrs blumen schüttelte den kopf und sagte ich werde sie bei sheriff harold johnson anzeigen mr graufort was sie da gemacht haben geht so einfach nicht sie wollte ihm beim sheriff anzeigen john konnte das auf keinen fall zulassen und sagte mrs blumen komm sie doch herein und lassen sie uns noch einmal in ruhe darüber reden ich bin mir sicher wenn sie mir eine chance geben dass sich alles aufklären lässt gut mr graufort ich will ihnen diese chance sich zu erklären geben sie haben zehn minuten john nickte und sagte danke mrs blumen bitte bitte komm sie herein als mrs blumen ins haus hineingehen wollte ließ billy die hand seiner mutter los und sagte ich will da nicht rein mama sei nicht albern billy du brauchst keine angst haben deine mama beschützt dich komm jetzt sie nahm wieder die hand ihres sohnes und sie betraten das haus kapitel 6 john ging mit isabella und billy blumen ins wohnzimmer und fragte wollt ihr was trinken meine gäste isabella blumen sagte ja bitte einen kaffee mit einem schuss milch keinen zucker bitte mr graufort bitte nennen sie mich doch john sehr gerne john aber dann nennen sie mich bitte isabella das wäre mir eine außerordentliche freude isabella billy willst du auch was trinken fragte seine mutter aber billy schüttelte den kopf hat wohl keinen durst der kleine racker bitte setzt euch auf die couch und macht es euch gemütlich fühlt euch wie zu hause ich gehe kurz in die küche und macht ihr isabella deinen leckeren kaffee bin gleich wieder da john verschwand in die küche isabella war überwältigt in was für einem riesengroßen haus john wohnte er und seine großmutter mussten steinreich sein und eigentlich sah er auch noch gut aus und ein wahrer gentleman war er auch noch vielleicht sollte sie sich einmal mit ihm zu einem date verabreden sie brauchte unbedingt wieder einen mann und billy einen vater außerdem wurde das geld knapp bei ihr und schon bald konnte sie die hypothek auf ihr haus nicht mehr bezahlen als john jetzt in der küche stand überlegte er wie er beide möglichst kurz und schmerzlos töten konnte denn er musste um jeden preis verhindern dass die beiden eine anzeige bei sheriff harold johnson machten von der küche aus ging eine tür direkt zur garage wo eine große werkbank stand ein den küchenmesser wollte john nicht verwenden das würde eine zu große sauerei machen er ging die tür zur garage raus und zur werkbank hin die werkbank war voller werkzeuge john entschied sich für den vorschlaghammer er nahm ihn und ging wieder zur küche zurück er sah von der küchentier hinaus ins wohnzimmer und sah die beiden wie sie auf der couch saßen und sich unterhielten aber sie bemerkten ihn nicht john schlich sich jetzt mit dem vorschlaghammer auf zehn spitzen von der küche hinaus zum wohnzimmer er ging leise hinter die couch auf der die beiden saßen er war jetzt direkt hinter ihnen und sie ahnten nicht dass er hinter ihnen stand john holte mit dem vorschlaghammer aus und schrie hier ist ein kaffee mrs blumen beide drehten sich erschrocken um und sahen john an er zog den vorschlaghammer voll durch und schlug ihm den kleinen billy mit voller kraft auf seinen kleinen kopf billys kopf explodierte regelrecht blutknochen und hirnmasse verteilten sich im ganzen wohnzimmer aber auch john und billys mutter waren voll mit dem zeug geschockt saß isabella blumen noch auf der couch bis sie realisierte was john gerade getan hatte da sprang sie auf und schrie hysterisch herum john konnte kein wort davon verstehen war wohl spanisch isabella lief zur haustüre aber die war verschlossen denn john hatte sie vorher noch abgeschlossen sie rüttelte an der tür und schrie um hilfe john ging auf isabella zu und sagte komm her isabella ich will dir nur mit meinem vorschlaghammer ein bisschen auf deinen kopf schlagen es geht ganz schnell du wirst nichts spüren isabella rannte die treppe hinauf ins obergeschoss des hauses sie lief in das schlafzimmer von johns großmutter isabella wollte die tür absperren aber es steckte kein schlüssel im schloss sie musste sich verstecken aber wo sie kroch unter das bett von johns großmutter jetzt hörte sie wie john die treppen hinauf stapfte john rief isabella komm raus ich verspreche dir ich werde dir nichts antun ich will doch nur mit dir reden jetzt betrat john das schlafzimmer seiner oma und er ging direkt vor das bett isabella war ganz leise und hielt die luft an sie sah seine hausschuhe die bedeckt mit knochensplitter und hirmasse ihres sohnes waren plötzlich kam die hand von john unters bett er zog sie an den haaren unter dem bett heraus er hatte ihr parfüm gerochen und somit wusste er dass sie unterm bett lag isabella schrie um hilfe john verpasste ihren faustschlag und sie fiel mit dem rücken auf das bett seiner grandma isabella flehte um ihr lieben john legte den vorschlaghammer auf den boden und ging zu einer kommode isabella lag noch immer benommen auf dem bett und war starr vor angst john öffnete die kommode und nahm sich omas strumpfhose heraus er konnte isabella nicht mit dem vorschlaghammer in grandmas bett erschlagen dafür hatte er viel zu viel respekt vor seiner oma der plan war isabella mit omas strumpfhose zu erwürgen er spannte die strumpfhose und ging zum bett auf dem isabella lag dann schlug er noch einmal hart mit der faust ins gesicht und drehte sie auf den bauch john legte omas strumpfhose jetzt um isabellas hals und würgte sie mit aller gewalt der todeskampf mit isabella auf großmutters bett dauerte zehn minuten aber nach zehn minuten war isabella dann erwürgt er schulterte sie und trug sie ins wohnzimmer runter john schmiss sie auf die couch wo immer noch ihr toter sohn billy den fast der ganze halbe kopf fehlte saß kapitel 7 john musste sich jetzt erst einmal ausruhen das erwürgen mit omas strumpfhose hatte ihm zu viel kraft gekostet aber er hatte keine zeit dafür bald würde seine großmutter nach hause kommen und er musste die leichen und das ganze blut im wohnzimmer beseitigen er ging über die küche in die garage wo er eine schaufel holte john wollte die zwei leichen im garten vergraben mit der schaufel in der hand ging er wieder ins wohnzimmer zurück john erschrak jetzt isabella blumen lag nicht mehr auf der couch sie musste noch am leben sein er sah eine blutspur die von der couch in den keller führte john folgte der blutspur mit der schaufel in der hand die kellertür stand halb offen und die blutspur führte die kellertreppe hinunter john ging die treppe hinunter und da sah er isabella schon sie kroch in richtung eines alten klaviers das in der ecke stand und johns großmutter gehörte da lachte john und sagte hallo isabella willst du jetzt noch eine kleine klavierstunde nehmen er ging zu isabella hin sie war am ende mit ihren kräften sie weinte und wimmerte nur noch john stellte sich neben isabella hin und holte mit der schaufel aus er trennte ihr mit nur einem einzigen schlag den kopf mit der schaufel ab dann packte er ihren kopf und warf ihn die kellertreppe hoch danach nahm er den körper und zehrte ihn die kellertreppe hoch als er oben ankam packte er sich noch den kopf und schaffte kopf und körper raus in den großen garten er fand ein schönes plätzchen neben omas gemüsebeet dort legte er erst einmal isabellas kopf und körper ab und die schaufel lag er auch noch hin john ging wieder ins haus wo er die leiche von billy blumen holen wollte als er das wohnzimmer betrat klingelte es an der haustür oh nein wer kann das nur sein sagte john er ging zur haustüre und sah durch den türspion nach draußen er traute seinen augen nicht es war sheriff harold johnson der vor der tür stand und ein weiteres mal klingelte ich weiß dass sie da sind mr crawford machen sie die verdammte tür auf rief sheriff harold johnson john rief zurück ein moment noch sheriff johnson ich bin gerade nackt ich zieh mir nur schnell was an beeilen sie sich mr crawford rief sheriff harold johnson john lief in die küche zum waschbecken und wusch sich das blut vom gesicht ab dann zog er sich komplett nackt aus und warf seine kleidung in die speisekammer er lief schnell hoch ins badezimmer und schnappte sich omas leopaden bademantel und zog ihn während er wieder die treppe hinunter lief an sheriff harold johnson hammerte mit seinen fäusten gegen die haustür da öffnete john jetzt die tür und sagte einen wunderschönen guten tag sheriff johnson was kann ich für sie tun es wurden schreie aus ihrem haus gemeldet mr crawford ich bin dazu verpflichtet der sache nachzugehen sagte sheriff johnson john antwortete das war bestimmt mein fernseher der zu laut war darf ich hereinkommen mr crawford nur um sicher zu gehen dass alles in ordnung ist fragte sheriff johnson john nein das geht leider nicht denn ich bin heute sehr beschäftigt wie wärs wenn sie morgen wieder vorbeikommen lassen sie mich doch kurz rein oder haben sie etwa etwas zu verbergen fragte sheriff harold johnson haben sie überhaupt einen durchsuchungsbefehl dabei sheriff johnson nein habe ich nicht mr crawford john lächelte und sagte na dann würde ich sagen da haben sie wohl pech gehabt und jetzt verlassen sie bitte mein grundstück sheriff johnson auf nimmer wiedersehen john schlug sheriff johnson die tür vor der nase zu als john gerade ins wohnzimmer zu billys leiche gehen wollte knallte es und john erschrak es war sheriff harold johnson der die haustüre eingetreten hatte john lief in die küche und holte das größte küchenmesser aus der schublade das er fand um sheriff harold johnson damit abzustechen als er sich umdrehte stand sheriff johnson schon in der küche mit gezogener waffe sagte er legen sie das messer weg mr crawford sonst muss ich sie erschießen also legen sie es weg was haben sie den kleinen billy nur angetan sie schwein als sheriff harold johnson die tür eintrat und ins haus ging sah er im wohnzimmer die kleine leiche des kleinen billy blue man john sagte sheriff johnson es war eindeutig notwehr der junge hatte mich angegriffen sie sind verhaftet legen sie jetzt das messer weg mr crawford schrie ihm sheriff johnson stimmend zu john sagte hallo oma da drehte sich sheriff johnson kurz um er fiel auf johns ablenkungsmanöver herein john nahm die gelegenheit wahr und stürmte mit dem küchenmesser auf sheriff johnson zu und rammte ihn das küchenmesser in den bauch sheriff johnson aber feuerte sein ganzes magazin seiner pistole auf john eine kugel traf john direkt in den kopf und er war dann sofort tot und fiel zu boden sheriff johnson versuchte noch das telefon zu erreichen und hilfe zu rufen aber als er am telefon gerade den hörer abnehmen wollte brach er bewusstlos zusammen und verblutete am abend kam dann johns großmutter nach hause und sah das blutbad in ihrem haus sie verständigte dann sofort die polizei ende